Musik Zum Glück haben wir uns langsam an den Wind gewöhnt. Nur leider scheint er sich auch an uns gewöhnt zu haben. Er will gar nicht mehr aufhören zu blasen, wenn er morgen wenigstens die dicken Wolken am Himmel wegpusten würde. Aber dafür reicht seine Kraft offenbar nicht aus. Musik Auch am Mittwoch bläst noch immer ein stürmischer Wind durch die Region Neckaralp. Die dichten Wolken wegzupusten schafft er allerdings nicht. Und so steht uns ein trüber Tag bevor. Gebietsweise kann es zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Die Sonne ist bei maximal 5 Grad nur selten zu sehen. Zum Sturm kommt am Donnerstag auch noch der Regen hinzu. Doch schon für Freitag ist Besserung in Sicht in Form von Sonnenschein. Es wird langsam wieder wärmer. Das Wochenende startet dann mit Kaiserwetter, Sonne satt und angenehm mit 13 Grad. Musik